Unsere Heimat ist so vielfältig wie die Menschen, die hier leben. Es sind die Gegensätze, die sie so besonders macht. Ob am Dom, auf der Kö oder unterm U, an Rhein und Ruhr haben die meisten von uns mehr gemeinsam, als man denkt. Unsere Lieblingsfarbe ist bunt, schwarz-gelb, rot-weiß oder blau-weiß. Wir sind echt und bodenständig. Und manchmal darf es auch etwas abgehoben sein. An der längsten Theke der Welt spielt es keine Rolle, woher du kommst. Denn hinter einer harten Schale steckt hier eigentlich immer ein weicher Kern. Wir leben in unserer Tradition und sind gleichzeitig offen für Neues. Die Zeche prellt hier niemand, denn sie war mal unser täglich Brot. Die Wurzeln der Menschen an Rheinruhr reichen tief und die haben hart gearbeitet, damit daraus die Zukunft wachsen kann. Wir sind viele Millionen Menschen. Wir sind der Puls der Region. Unsere Motoren halten uns in Bewegung. Der Flughafen zeigt uns die Welt. Er bringt uns fast überall hin. In die großen Metropolen wie London, New York, Peking, Hongkong oder Singapur. Der Flughafen verbindet uns mit Freunden, mit Geschäftspartnern und mit unserer Familie. Und durch ihn schließen wir neue Freundschaften. Wir freuen uns über frische Mangos und saftige Ananas. Über Computer und Smartphones. Für unsere Heimat aus aller Welt. Und wir tragen mit dazu bei, dass Produkte aus NRW in die ganze Welt verkauft werden. Der Flughafen sichert Arbeitsplätze. Tausende am Airport, Tausende in der Region, Tausende in Zukunft. Hier arbeiten wir. Miteinander, füreinander. Wir passen auf. Auf groß und klein. Und wir wollen mehr bewegen. Für Sie. Für die Region. Für die Region. Für die Region. posición auf. Im Moment.